Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, da der Livestream vor uns zusammengebrochen ist und mir aber der Einstieg in die Vorlesung dennoch wichtig ist für den Einstieg in das Thema Sprachwandel, was wir nicht wissen und worüber wir dennoch streiten, nehme ich jetzt quasi in der Außenaufnahme die wichtigsten Punkte nochmal auf, um darauf hinzuweisen und vor allen Dingen eine kurze Idee davon zu geben, was ich in den nächsten Wochen mit Ihnen vorhabe. Deswegen ganz kurz auf den Einstieg nochmal, nämlich die Frage, warum ich mich überhaupt mit einem Sprachwandelphänomen oder Sprachwandelthema in der Vorlesung auseinandersetze. Die meisten von Ihnen dürften in Ihren Gesprächen über Sprache, über Sprachgeschichte und vor allen Dingen in Ihrer sprachhistorischen Ausbildung im Studium Metaphern verwenden, wie das die Sprache Wurzeln hat, dass sie wächst, dass sie gedeiht, vielleicht auch, dass sie da niederliegt und vergeht. Das alles ist natürlich eine relativ spezielle Sicht auf Sprache, die sich hier in dieser Darstellung abbildet, nämlich, dass wir Sprache als Organismus konzeptualisieren. Das ist eine Vorstellung, die aus dem 19. Jahrhundert kommt und die einen Großteil unseres Bewusstseins von Sprache und von ihrer sprachlichen Entwicklung prägt. Und innerhalb der gebrauchsbasierten Ansätze, die kognitionslinguistisch ausgerichtet sind, ist es so, dass wir heute von einer anderen Metapher sprechen würden, die Sie hier in einem Zitat von Henning Lubin sehen. Viel besser passt zu dem gebrauchsbasierten Bild von Sprache die Metapher des Gewässers, das kontinuierlich von den sich darin befindenden Lebewesen durch ihren kommunikativen Stoffwechsel in seiner Zusammensetzung verändert wird. Sprache ist damit ein Medium in einem kulturellen Ökosystem und dieses Ökosystem befindet sich nicht in einem stabilen Zustand, sondern in einem Flussgleichgewicht. Ich würde ganz gern diese neue Auffassung von Sprache, Sprachentwicklung, Sprachgeschichte, sprachlichen Veränderungen und vor allen Dingen Sprachgebrauch und Sprachwandel mit den für Sie bekannten Prämissen zusammenbinden, nämlich wie sich das Althochdeutsche gestalte, wie sich das Altenniederdeutsche gestalte, wie die Sprachentwicklung hin zum Neuhochdeutschen ist, wie wir selbst ideologisch motiviert Sprachgeschichte schreiben. Unter anderem darf man die Frage stellen, warum das Hochdeutsche in unseren Sprachgeschichtsdarstellungen dominiert und wo das Niederdeutsche eigentlich bleibt. Und schlussendlich würde ich ganz gern aktuelle Phänomene, die gern Gegenstand öffentlicher Sprachkritik sind, aus der Perspektive der historischen Linguistik beleuchten, nämlich zum Beispiel die Thunperiphrase oder den sogenannten Kasusverlust, der tatsächlich sich differenzierter betrachtet ganz anders darstellt. Daneben würde ich sehr gern abzielen auf den sogenannten Fremdworteinfluss, das, was die jugendansprachlichen Erscheinungen verderbe, wie sich die sogenannte Internetsprache auf unseren Sprachgebrauch auswirkt und so weiter und so fort. Und das Ganze würde ich gern historisch perspektivieren und zeigen, dass wir mit Sprachwandelerscheinungen, mit der Sprache im Fluss zu jeder Zeit mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Problemen als Forschungsfragen. Und denen möchte ich mich ganz gern mit Ihnen in der Vorlesung beschäftigen und damit auseinandersetzen. So gelingt es vielleicht, eine sprachhistorische Dimension aufzumachen und sie gegenworts sprachlich anzubinden und für den öffentlichen Diskurs auch interessant zu machen. Der Stream heute in der Vorlesung ist zusammengebrochen aus technischen Problemen, aus technischen Gründen. Ich kann mir das noch nicht erklären. Deswegen hier noch einmal die kurze Aufzeichnung. Es würde mich freuen, wenn Sie bei der Vorlesung und bei dem Stream dabei bleiben und Sie das Thema interessiert. Und insofern wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn ich mit einer Sitzung einsteigen werde, in der ich das Althochdeutsche, Altenniederdeutsche und Mittelhochdeutsche als einen Komplex zusammenfasse, aus Gründen, die ich dann erläutern werde, um dann in der übernächsten Sitzung zum Mittelniederdeutschen, zum Frühneurodeutschen etwas zu sagen. Da aus meiner Sicht hier zwei diametrale Komplexe gegenüberstehen, die zwar ineinander übergehen, aber Schrift, Schriftlichkeit, Sprache, öffentliche Kommunikation jeweils ganz anders verarbeiten. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.